Musik Bei mir gibt es heute Abend gefüllten Jufka-Teig mit Spinat-Oliven-Risotto. Die hatte ich neulich schon mal, habe es aber dann nicht gefilmt gehabt. Und jetzt habe ich sie nochmal heute gemacht, weil sich ein Video gewünscht wurde. Das wird also auch demnächst auf dem Kanal erscheinen oder ist vielleicht auch schon da. Ich vergesse echt oft mein Essen zu filmen, also deswegen ist es hier schon wieder angebissen, weil es mir mitten im Essen eingefallen ist. Und zwar ist es jetzt einfach ein Mittags-Snack-Vollkorn-Sandwich mit Curry, Mayonnaise, Avocado, Gurke, Salat und frisch gezogenen Sprossen. Ja, auf jeden Fall richtig, richtig lecker. So, jetzt eine Runde aufs Sofa legen, lesen und dabei Mango und Feige essen. Wenn ich wie heute Migräne habe, weil das Wetter meinte, von ziemlich kühl auf wieder 30 Grad hoch zu gehen, dann sieht das Essen meistens so aus, weil ich dann echt unfähig bin, irgendwie zu kochen, lange aufzubleiben oder sonst was. Dann muss es schnell gehen und irgendwas Leichtes sein und dann gibt es Sushi. Und wir haben hier halt so ein Sushi-Ding, wo das echt günstig ist und da kostet halt diese ganze Portion irgendwie 5 Euro. Ja, und das ist dann eigentlich bei mir immer mit Avocado und entweder mit Rettich oder Kürbis oder so Gemüse halt. Ja, und ja, ich versuche jetzt mal den Abend hinter mich zu bringen und hoffe, es geht mir morgen wieder besser. Nach drei wirklich fiesen Tagen Migräne, an denen ich auch kaum was essen konnte und so, gönne ich mir jetzt erst mal einen Smoothie aus Mango, Apfel, Banane und Kokosmilch. Den habe ich mir jetzt echt verdient. So, jetzt geht er ganz spät abends, geht sofort auf die Hüften, gibt es die Reste von diesem falschen Apfelkuchen, den ich gemacht habe. Und dazu gesüßte Schlagfix-Schlagsahne-Vegan natürlich und dann schon noch ein bisschen Zimt. Boah, so gut. Ach, es ist schön, wenn man wieder kochen kann. Und deswegen habe ich mir jetzt eine richtig schöne, leckere Möhrensuppe gemacht mit Kokosmilch und Ingwer. Ja, schmeckt gut und drauf noch ein paar Hefeflocken und Kresse. So, während Joda jetzt im Hintergrund auch noch schmatzt und ihr letztes Abendessen isst, gibt es bei mir noch einen Gurkensalat mit ein bisschen Zwiebeln und Kresse. Angemacht mit Hafersahne und Apfelessig, Salz, Pfeffer, Paprika. Da drin noch dann Hanfsamengeschälte und Flohsamenschein. Ja, und damit sage ich mal, gute Nacht für heute. So, jetzt gibt es nochmal die Reste von der Möhrensuppe von gestern. Die habe ich ein bisschen mit Wasser gestreckt und sie will nicht scharf werden. Und habe noch ein paar Kidneybohnen reingeworfen. Einfach, weil wir gerne Bohnen essen. Abendessen gibt es heute erst ziemlich spät, weil der Dennis mit isst und aber lange arbeiten muss. Und deswegen gibt es bei mir jetzt erstmal so eine kleine Vorspeise oder Snack. Das ist nämlich ein gemischter Salat aus Gurke, Avocado, Zwiebel, Sprossen, Tomate, Karotte hatte ich schon, weiß ich gar nicht. Und angemacht einfach mit Hafersahne, Apfelessig und viel Dill. So, der Dennis ist heute zum Essen da und deswegen gibt es heute drei Schüsseln. Und das, was hier so ein bisschen zusammengemanscht aussieht, nenne ich jetzt einfach mal Kartoffelbohnengulasch. Da ist aber außer Kartoffeln, weißen Bohnen und schwarzen Bohnen auch noch Zwiebeln und Lauch drin, Gewürzgurken und Champignons. Ja, es riecht lecker und schmeckt hoffentlich auch lecker. So, bei mir gibt es jetzt wieder Gurkensalat. Diesmal noch dazu Kidneybohnen und Champignons, Hafersamen, Dill, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, frische Sprossen. Und ich trinke dazu ein Alnatura Soja Trinkschoko. Bei mir gibt es heute Abend Quinoa mit Spinat, Frühlingszwiebeln und Champignons. Ja, einfach, aber lecker. So, bei mir gibt es jetzt mal wieder Gurkensalat und dazu noch Kidneybohnen und zwei Knäckebrot mit Hummus, Tomate und Olive. Bei mir gibt es heute Gemüse-Ravion, die von Alles Vegetarisch mit Avocado, Eiwahr und Zwiebeln. Heute Abend gibt es jetzt bei uns den Klassiker-Ofengemüse. Dazu wieder ein Linsenreis und Kreuzkümmelsößchen. Ja, und heute ist auch mal Kürbis mit da drin, weil es ist ja Kürbiszeit. Ich wünsche euch einen guten Morgen mit einem Porridge mit Birne und Kirschen aus dem Glas. Amaranth, Zimt, Gojibeeren, Rosinen, geschälter Hanfsamen. Ja, und das gab es länger nicht mehr bei mir und ich freue mich drauf. Ich habe heute nämlich richtig Hunger und bin ziemlich früh wach. Zum Mittagessen nun die Reste vom gestrigen Ofengemüse mit Reis und dazu noch Mango-Chutney. So, heute zum Mittag wird es gesund. Und zwar habe ich hier einen kleinen gemischten Salat aus Paprika, Tomate, Gurke, Kohlrabi, Sprossen, dazu Hafer, Sahne, Apfelessig und geschälter Hanfsamen. Und dann gibt es dazu noch einen Smoothie aus Banane, Apfel, Birne, gefrorener Mango und Kürbis. Ja, und da freue ich mich jetzt sehr drauf. Wieder Zeit für Mittagessen. Es gibt einen gemischten Salat und dazu Gemüsestäbchen. So, wieder mal Zeit für Ofengemüse. Wieder mit ganz viel Kürbis und Kartoffeln sind jetzt mal auch dabei. Dazu gibt es wieder die Kreuzkümmelsoße und heute Zucchini, Buchweizen, Bratlinge. Ich frühstücke heute, während ich mit Karlchen draußen bin. Ich habe mir heute beim Tegut mal so einen Bio-Sesam-Bagel gegönnt. Die sind ja echt schlimm teuer. Ich mache ja da manchmal noch den Fehler und rechne um und denke mir, hey, 80 Cent, das waren früher mal 1,60 Mark. Ja, und als ich klein war, haben Brötchen 5 Pfennig gekostet. Naja, gut. Und dazu gibt es Allnatura Tofu-Wurst. Ich hatte heute irgendwie einen Wurstanfall. Manchmal habe ich das ja und ich bin heute leider hungrig einkaufen gegangen. Das ist ein Riesenfehler. Und da drauf habe ich dann noch Gurke und da oben dran klebt noch Kohlrabi. Und da hinten ist Karlchen und der hat heute irgendwie nicht so richtig Bock. Abendessen sind jetzt Asia-Nudeln und Zucchini-Nudeln mit Paprika und einer Erdnusssoße. Ja, zum Mittagessen gibt es eine schreiende Yoda. Yoda, es gab schon Mittagessen. Ja, und für mich etwas ganz Sündiges heute, nämlich einen Zitronen-Birnen-Muffin. Die habe ich gestern gebacken und dazu Sprühsahne von Leha. Das ist natürlich vegan. Ja, sündig, aber sehr lecker. So, bei uns gibt es jetzt zum Tagesausklang noch ein Smoothie aus Piersich, Banane, Birne und Orange. Heute Morgen wird es bei mir einfach vollkorntoast getoastet mit selbstgemachten Marmeladen. Einmal haben wir Johannisbeer und einmal Pflauermus und dazu Kaffee. Zum Abendessen gibt es jetzt nochmal von der Rosenkohlquiche und dazu frischen, selbstgemachten Krautsalat. Heute Morgen gibt es nochmal Toast bei mir und zwar mit der Alnatura Paprika Tofu-Wurst. Ja, also man kann sie essen, aber nochmal kaufen, weil das sie mir nicht. Und dazu gibt es noch Blattsalat und den Krautsalat. Ich habe heute fürs Mittag- und Abendessen alles Mögliche zusammengeworfen. Zwar ist das Couscous und da habe ich noch die Reste von dem Krautsalat reingemacht. Mais, Kidneybohnen und alle möglichen Gewürze, wie zum Beispiel Garam Masala. Und habe auch den letzten Rest von meinem Mango-Chutney dazugegeben. Ja, und das kann ich jetzt zum Mittagessen essen. Und dann habe ich auch noch ganz viel, was ich heute Abend zum Rollenspiel mitnehmen kann. So, heute Morgen gab es bei mir Knäckebrot mit Marmelade, mittags einen großen gemischten Salat. Und jetzt gibt es Kartoffelpühl mit gebackenem Weißkohl und Rosenkohl. Und einer Tofu-Wurst mit Ketchup und Curry. Ja. Und dann partir freogeside. Untertitelung des ZDF, 2020